Ja, ist auch... Ich will auch einen Hut für den Medic, aber nee, ich find Berge, Weiß, Schokolade und Hübsches. Kacke. Ja, dann kannst du deinen Hut draus machen, dann kriegst du vielleicht eine Mütze. Ja, ich mach jetzt aber wirklich nur noch Sachen kaputt, die ich dreimal hab. Na, kriegst du sonst Restbetal nur, ne? Nee, ich hab halt sonst die Waffen nicht mehr, ich muss aussetzen. Oh Gott, ich hab immer noch diese hässliche Grinsebacke als Bild. Dieses Halloween-Bildchen. Ja, du hast sowieso ne Kürbislaterne. Ich find mein Bild cool, es ist epic. Die haben ja... Ja, dann... Du dürft uns übrigens langsam dem Ende der Stunde neigen. Spaß, die Alter. Autsch, Autsch, Autsch. Ja. Ja, ich würd' sagen, jetzt ist es halt neun. Boah, Alter, jetzt wurde ich gebacksteppt! Ich nehm halt so lang auf, wie die Kapazität reicht und dann... Ich müsste ja auch mal lernen, wie man aufnimmt. Das wär bestimmt cool, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, das stimmt. Das machen ja manche... Das wär auch bei Aliens, warum wär das auch cool gewesen? Ja, ich hätt's ja selbst aufgenommen, aber... Hast du nicht aufgenommen? Ja, ich hab nur das Bild aufgenommen. Ja, eben. Das mein ich, ja. So, ja. Wir brauchen zweimal Ton, brauchen wir nicht. Der Ton ist in der Regel gleich. Ja, der Ton... Aber wenn halt du einmal... Du hast es halt relativ schnell, dass mal ein oder zwei aus dem Bild rauslaufen bei dir. Bist du der mit der Kappe? Ja. Oh, mein... Ah, ficken! Hast du das gesehen? Ich kam nicht vorwärts. Spion! Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Nein, 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 nein! Du bist zurück, 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 zügig zurück! Nö, ins Wasser! Achso, du brennst nicht mehr, gut. Ich brenne nicht, ich blute! Ach, du blutest? Ja, ich blute mit den speziellen Effekten, die wir hier in der deutschen Version in der ähnlicher Weise bekommen haben. Der hat gerade Schokolade gefressen, den brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, klar, ich hau auf den fünf Stunden rum und ich krieg keinen Kill. Da leben, es leben noch drei Gegner. Unter uns, Medic mit Übercharge. Ich bin tot. Schnell, schnell, schnell! Nein, ich bin verbrannt! Ich bin eisgeil. Ich bin wirklich klar, höchst klar, sein nicht. Ja, Erik XT hat den Afro. Guck ihn dir an, du musst ihn dir an. Du bist du, du Sniper, ja, das wissen wir, wem sagst du das? Du bist so sinnlos, warum Schotten-Afro? Du bist der einzigste, der noch lebt. Du Schotten-Afro, warum ist der Schotten-Afro? Ich weiß nicht mehr, wie er auf Englisch hieß, aber da war es auch nicht besser. Da hieß er Demo-Mans-Fro oder Demo-Fro oder so. Ja, das ist besser als Schotten-Afro. Das ist ja auch behindert irgendwo. Willst du deinen Pyro heilen? Ich muss hier immer die heilen, die sich am Anfang selber verstümmeln. Werher Pyro, bist du der mit Hut? Ja. Ich muss mich gerade kratzen. Ich glaube nicht, dass ich das wissen will. Ich habe dich verloren übrigens, und ich muss jetzt hier einen fast toten Soldaten heilen. Okay, ich habe dich. Achtung, Axtmann, Axtmann! Ach, scheiße, ich wurde von allem getötet. Naja, der hat... Das Pony hat uns getotet. Ich habe keine Ahnung, ich habe bloß noch Explosionen gesehen, das war zu viel. Naja, da laufen momentan irgendwie zu viele Medics rum. Ja, und dann kamen Crit-Raketen. Wobei ich glaube, die kamen aus dem... Ja, Crit-Krieg. ... vom Medik. Dachte ich nämlich auch, weil es waren nämlich zwei Stück hintereinander. Und jetzt hat er schon wieder einen Crit gemacht. Da, der ist geil. Der ist very horny, der Medik. 900 Heilungen für 10 Sekunden. Ich bin so grottig momentan, ich darf aussetzen. Ja, dann würde ich mal kein Medik spielen. Oh nein, mein Fail-Medik darf ja nicht aussetzen. Ich bin awesome, du nicht. Haha, hätte es wohl gern. Hätte es wohl gern. Wo haben wir ihn jetzt noch? Hm, halb neun. Super. Ich habe kassiert. Ich sehe es, du warst der First Blood. Du bist so schlecht. Ich wollte wieder durchs Fenster reinspringen, bevor er. Dann kamen mir aber drei Scouts entgegen. Die haben mich dann alle mit einem Fan in der Luft abgeschossen. Und ich bin dann am Fallschaden gestorben. Oh, der hat den Unruhestift. Aber das macht voll keinen Sinn. Einen Fan würde ich auch gern mal wieder finden. Einen was? Einen Fan. Force of Nature. Achso. Na, sag das doch. Ich habe keinen Bock, Force of Nature zu sagen, das ist zu lang. Ja, dann brauchst du die Force. Genauso wie ich nicht Fittlesticks sage, sondern einfach nur Fittel. You need the Force. Jetzt muss ich aussetzen. Aha. Verdient. Jetzt muss ich mir die Blauen würden gewinnen. Ja. Von der Aufstellung her. Wobei, vor den Punkten habt ihr die besseren Karten. Spaß, die ballert mich immer weg. Jetzt hatte ich einen Lag. Okay. Der überlebt immer noch. Ja. Ich habe als erstes geschlagen. Ich habe mein ganzes gutes Zeug verpulvert. Ich bin scheiße momentan. Aber sowas von. Komm, ich nehme einfach mal alle neuen Gegenstände, die man so haben kann. Zum Beispiel. Und den Alienparasit. Yay. Was mache ich denn dann jetzt? Ich spiele mal. Ich bin mal Sniper. Na, nee. Sniper sind schwul. Ich spiele Heavy. Toll. Und schon wieder ein Gegnerteam. Und Heavy. Oh, toll. Tatsache, ich bin blau. Sandwich. Jetzt kriege ich Hunger, jetzt wo ich das Ding hier so von mir sehe. Ich habe jetzt viel Bock. Das ist nicht mal ein Grund. Das heißt, das ist nicht mal ein Nahrungsmittel. Das ist Brotabfall. Gut schmeckender Brotabfall. Backstep. Wir haben überhaupt keinen Medik, oder? Nö. Wurdest du gerade getötet? Nein, du bist irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Ich bin tot. Du Noob. Es leben noch zwei Spione und ein Engineer aus meinem Team. Alles andere ist im Gemetzel gestorben. Weißt du, da benutzt er schon den ganzen Dinger. Den man in Sekunden hinstellen kann. Und stellt ja den. Oh, toll. Wir hatten ja nicht mehr wirklich viel HP. Der hat den Hot Rod. Aber warum hat der den so auf dem Kopf und nicht vor der Fresse? Vielleicht kann man das einstellen. Das wäre ja mal schwul. Ich hole jetzt wieder die Mütze raus, ey. Die Mütze. Mütze of Doom. Ich werde dich jetzt mit einem Ball töten. Was für ein Ball? Mein Ball. Was für? Balls. Balls of Doom. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Erst leckt es und dann habe ich nur noch zwei HP. Ach, Rüder, Scharfschützen und Spione und alles was. Ich habe so viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ich habe so viel Aufmerksamkeit. Ich frage es den Spielen.